Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einem besonderen Video auf meinem Kanal, und zwar zu meinem Weihnachts-Special für euch. Denn heute haben wir den 24. Dezember, auch genannt Weihnachten. Dieser Tag ist der Tag der Besinnlichkeit, der Liebe und der Tag, an dem er mit der Familie zusammen ist, mit ihnen feiert, ist und sich gegenseitig beschenkt. Und genau das Letztere will ich auch mit euch machen, denn heute will ich euch beschenken, und zwar mit drei Sachen, die ihr gewinnen könnt. Als erstes könnt ihr einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro gewinnen. Das zweite Geschenk ist ein Call of Duty World at War Key. Falls ihr nicht wisst, wie ihr Custom-Zombie auf dem PC installiert, gibt es noch eine Erklärung von mir persönlich mit dazu. Und das dritte, was ihr gewinnen könnt, ist eine 20 Euro Pay-Safe-Karte. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie könnt ihr diese Sachen gewinnen. Jeder von euch kann nur eins von den drei Sachen gewinnen, damit es drei Gewinner gibt. Um zu gewinnen, müsst ihr ganz einfach einen Kommentar in die Kommentarbox hauen. Aber dieser Kommentar muss sich auf das Thema Weihnachten beziehen. Das könnte jetzt ein lustiger Witz sein, ein Gedicht, eine lustige Geschichte. Einfach irgendwas, was sich auf das Thema Weihnachten bezieht. Und somit seid ihr automatisch mit in den Lostopfen mit drinnen. Das heißt, wenn jetzt ihr irgendeinen anderen Kommentar schreibt, der sich jetzt nicht auf das Thema Weihnachten bezieht, den werde ich dann auch nicht mit einbeziehen in die Lostbox. Das ist eigentlich schon alles, was ihr dafür machen müsst. Das Gewinnspiel selbst geht bis zum 27.12.2013 um 0 Uhr. Danach werde ich das Gewinnspiel stoppen. Und dann werde ich auch eine Auswertung machen über die ganzen Gewinnspiel-Teilnehmer. Das werde ich mit Hilfe von random.org wieder machen. Und danach werde ich wieder drei zufällige Leute auswählen. Und dann werde ich auch, ich hoffe mal, vor Neujahr noch das Video hochladen, wie ich dann die Auswertung gemacht habe, damit es noch ein diesjähriges Weihnachtsgeschenk wird. Und somit wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnspiel. Und ja, so kommen wir nun zum zweiten Teil des Weihnachts-Specials. Genau, es gibt nicht nur ein Gewinnspiel, sondern ich habe noch in den Tagen ein bisschen was vorbereitet, habe ein bisschen einen YouTuber angeschrieben. Aber ich will jetzt auch nicht mehr verraten dazu, denn ich übergebe nun das Wort an die YouTuber, die jetzt im Nachfolgenden kommen. Ich wünsche euch hiermit viel Spaß. Bis später. Hey und alle, so war ihr Willister draußen. Und ich wünsche euch hiermit eine schöne Weihnachten, ein schönes Hanukkah oder einfach nur schöne Feiertage. Und ich hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich denke mal, gerade wegen dem Konsolen-Launch in November werden sich so der eine oder andere von euch eine Xbox One oder eine PS4 gewünscht zu haben. Und ich drücke euch einfach nur die Daumen, damit euer Wünsch in Erfüllung geht. Und ich sage nur Merry Christmas. Jo Moin Moin, hier ist der Totti. Ich wünsche dir Reaper, deiner Familie, deinen Freunden und natürlich auch deinen Abonnenten eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Lasst euch reich beschenken. Genießt das leckere Essen. Genießt das Zusammensein mit den Leuten, die euch am wichtigsten sind. Kommt natürlich dann auch gut ins neue Jahr. Und damit bin ich raus und sagst wie immer Moin Moin. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Jo Leute, hier ist euer iSupra. Und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Und auch natürlich dir Reaper. Und wünscht euch irgendwas Besonderes, damit ihr es auch bekommt. Zum Beispiel eine Xbox One oder PS4. Wie ihr es natürlich wollt. Und ja, auch eure Familie. Schönes Weihnachtsfest. Und ja, am Ende wünsche ich euch noch einen geilen Abend. Und natürlich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, hallo, ich bin's, euer Knosti. Und auch ich darf euch und natürlich auch dem Reaper frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle ein besinnliches Fest und habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Verbringt den Tag auf jeden Fall mit euren Verwandten, euren Eltern, euren Geschwistern. Ich glaube, das ist das Wichtigste an Weihnachten, dass man so zusammenkommt in der Familie. Die Geschenke sind so auch was Nettes nebenbei. Aber wie gesagt, es ist ein Familienfest. Und ich wünsche euch noch dazu einen guten Rutsch ins neue Jahr. Was geht, YouTube? Surprime's wieder am Start. Und ja, ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Feiert nicht zu sehr, trinkt nicht zu viel und dann läuft der Hase. Guten Rutsch, meine Freunde. Servus, Leute. Hier ist euer Vity Saar. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage und ein frohes Fest. Und verbringt die ganzen Feiertage. Feiert schön mit euren Freunden und Familie. Und feiert schön in das neue Jahr rein. Und ja, das war's von mir. Ciao, Leute. Haut rein. So, willkommen zurück beim Cresigno. Diesmal nicht auf meinem Kanal, sondern ich bin zu Gast beim Reaper. Und ich wünsche allen Zuschauern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten. Einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Klammer auf. Wir werden Fußball-Weltmeister. Klammer zu. Lasst es ordentlich krachen. Und ich bin jetzt raus. Wir hören uns 2014 wieder. Bis denn, euer Cresigno. Ja, ein recht herzliches Willkommen. Ich bin die Zockeritze und ich wünsche euch, Abonnenten von Reaper, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst euch alle reich beschenken vom Weihnachtsmann. Und ich hoffe, ihr habt ein besinnliches Fest zusammen mit eurer Familie, mit euren Freunden und mit euren ganzen Bekannten, die ihr habt. Und ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie möglich. Es ist ein besinnliches Fest. Deswegen ist es ein Fest der Liebe, wie oft man es auch sagt. Dass man das auch in Harmonie zusammen verbringt. Und anschließend gibt es dann auch noch ein Neujahr. Und dafür wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also, das war es von mir. Haut rein. Ich bin die Zockeritze. Hallo Leute, mein Name ist uns Thun. Willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch fröhliche Weihnachten wünschen. Genießt die Ferne. Genießt auch die Feiertage. Und macht auf jeden Fall nicht zu viel für die Schule. So werde ich es euch auch machen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Videos produzieren und an der Wegtick-Map weiterarbeiten. Und freut euch auf jeden Fall nicht nur über die großen Geschenke, sondern auch über die kleinen. Und damit bin ich jetzt mal weg. Haut rein. Hallo und herzlich willkommen meine Genossen. Mein Name ist Dennis und ich bin heute zu Gast bei The Reaper bzw. Jan. Ich wollte euch eigentlich nur frohe Weihnachten wünschen. Ein frohes Fest. Und ja. Ich will euch auch nicht hier zu lange aufhalten. Denn andere YouTuber wollen auch noch dran kommen. Deshalb gebe ich den Stab jetzt mal an den nächsten YouTuber weiter. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen heute auf dem Kanal von Jan. Mein Name ist der Nico und ich mache heute beim Weihnachtsspecial von dem Jan mit. Wo auch viele andere YouTuber mitmachen. An dieser Stelle ein Gruß an alle, die hier mitmachen. Und ja, ich bin eigentlich da, um euch frohe Weihnachten alles zu wünschen. Deswegen frohe Weihnachten von mir auch. Lasst euch reichig beschenken und genießt die Zeit mit der Familie. Weil, naja, heutzutage kann man die ja nicht so oft mit der Familie genießen. Deswegen lützt es einfach mal richtig krass aus. Habt viel Spaß mit der Familie. Und mögen eure Vorsätze fürs nächste Jahr, falls ihr es bis dahin nicht mehr hören, in Erfüllung gehen. Das soll es von mir eigentlich gewesen sein. Äh, ja, ich übergebe einfach weiter an die anderen YouTuber, die entweder vor mir kommen, äh, nach mir kommen. Oder vielleicht gibt es auch nach mir auch keinen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Letzte. Aber ja, das war es eigentlich mit dem großen Ganzen von mir. Und ja, das war es. Bis dann, ne? Viel Spaß miteinander. Hallo, hier ist Motoko von Motokos World. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachten. Ich hoffe, dass genau das unter dem Weihnachtsbaum ist, was ihr euch gewünscht habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir auch mal auf dem Kanal vorbeischaut. Und bei allen anderen, die bei der Aktion mitmachen. Und natürlich noch einen guten Rutsch, ne? Tschüss! Ja, servus, Leute. Hier ist mal wieder euer Jan. Ne, Spaß beiseite. Moin, Leute, hier ist mal wieder euer Reason. Der, der aus Aurich kommt. Der, der aus dem Norden kommt. Ne, egal. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Und auch euch da draußen wünsche ich schöne Weihnachten. Lasst euch schön beschenken. Habt viel Spaß. Ist nicht zu viel, sonst seht ihr bald aus wie ich. Spaß beiseite. Lasst euch schön beschenken. Schöne Weihnachten. Ich bin dann nochmal wieder raus. Ciao! Jo, Leute. Was geht ab? Hier ist der Lenz. Heute mal mit keinem Gameplay für euch, sondern mit einem kleinen Weihnachtsgruß-Video für Jans Weihnachts-Special. Hallo, Jan. Und ja, ich will euch eigentlich auch gar nicht allzu lange aufhalten. Denn wahrscheinlich sind vor mir oder nach mir oder wie auch immer noch einige YouTuber, die ihre Größe loswerden wollen. Und ja, deswegen wünsche ich euch einfach frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Zocken nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir hören oder sehen uns dann im neuen Jahr, wenn ihr wollt. Euer Lenz. Haut rein. Wiederschauen. Hi, Leute. Was geht ab? Eure Steffis hier. Und ja, ich bin mal auf einem anderen Kanal zu sehen, nämlich beim Jan aka The Reaper. Danke dafür, dass ich bei deinem Weihnachts-Special-Gewinnspiel-Video mitmachen darf. Freue mich sehr. Und ja, ich wünsche euch allen da draußen, jedem Abonnent, jedem YouTuber, jedem, jedem einfach, einfach jedem, frohe Weihnachten, ein guten Rutsch ins neue Jahr und schon mal viel Spaß an diejenigen, die noch ein paar Geschenke einkaufen müssen, so wie ich, weil sie nämlich erst ab nächster Woche Urlaub haben. Das wird lustig. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vektik. Ich bin heute auf dem Kanal von The Reaper von Jan und ich wünsche euch alles Gute, frohe Weihnachten, schöne Feiertage, feiert schön mit eurer Familie und dass alle eure Wünsche, die ihr euch so auf die Wunschliste geschrieben habt, dass das auch alles in Erfüllung geht. Und ja, falls ihr uns nicht mehr hören sollen, dann wünsche ich euch auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014, dass alle eure Vorsätze auch in Erfüllung gehen. Und yo, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch. Viel Spaß, viel Erfolg beim Zombies killen und haut rein. Hi Zuschauer des Weepars, mein Name ist Aaron Trotschkirch vom Kanal. Hey Aaron, ich wünsche euch allen eine besinnliche, traumhafte, schöne Weihnacht. Behaltet alle Kassenbocks, dass ihr auch die Geschenke umtauschen könnt, wenn es euch nicht gefallen. Abonniert den Kanal, klickt doch mal rein bei mir. Gibt es sonst noch etwas zu Weihnachten zu sagen? Fynn? Fuck yeah. Nee, äh, frohe Weihnachten. Viel Spaß. Und ihr habt einen guten Fick. Ja, das ist die wichtigste Weihnachten, immer einen guten Fick. Das hat Jesus gesagt. Fick gut. Richtig. Piet. So, hier bin ich nun wieder. Nun bin auch ich endlich an der Reihe. Denn ich wünsche euch natürlich heute auch frohe Weihnachten. Ein schönes, besinnliches Fest mit eurer Familie. Und ich hoffe, dass ihr das bekommt, was ihr euch gewünscht habt. Meistens seht ihr nicht der Preis des Geschenkes, sondern der persönliche Wert. Deshalb freut euch über alles, was ihr bekommt. Und, ja. Das war es eigentlich nun mit dem diesjährigen Weihnachtsspecial. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Visi. Er hat mir echt viel bei der Gestaltung des Videos geholfen. Dann noch bei Vectic. Ohne ihn wäre ich eh aufgeschmissen. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen anderen YouTubern, die bei diesem Video mitgemacht haben. Die Links von den Kanälen findet ihr natürlich in der Beschreibung. Guckt doch mal bei ihren Kanälen vorbei. Und vielleicht wollt ihr ja sie sogar abonnieren. Aber einen Dank muss ich noch aussprechen. Und zwar an euch. An diejenigen, die mich abonniert haben. Denn ohne euch wäre ich jetzt nicht so weit, wie ich jetzt gerade bin. Deshalb vielen, vielen, vielen Dank. Ohne euch bin ich echt nichts. Danke nochmal an euch. Tja, ich denke dieses Video war eigentlich so fast das letzte Video in diesem Jahr. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video zu Silvester raushauen. Oder sogar noch eins davor. Aber falls ihr uns nicht mehr sehen sollten, beziehungsweise hören sollten. Dann wünsche ich euch allen natürlich noch einen guten Rutsch in das Jahr 2014. So dass eure Wünsche und Vorsätze nächstes Jahr vielleicht in Erfüllung gehen. Und ja, das war es jetzt eigentlich. Ich bedanke mich hiermit fürs Zuschauen, fürs Mithelfen und fürs Mitmachen. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und somit sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Aber das werden wir sehen. Frohe Weihnachten wünscht euch euer Reaper. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.